Ich sende Ihnen den Zustand der Göttin Umay, die an diesem Ort regiert, die Göttin der Natur und des Planeten Erde. Nun möchte ich Ihnen die Botschaft der Göttin Umay übermitteln. Es gibt im Moment so viele negative Geister auf der Erde. Ich habe Ihnen viel darüber erzählt und schauen Sie sich dazu die neuen Videos auf dem Kanal an. Aber die wehrlosesten auf unserer Erde sind unsere Kinder. Ein Erwachsener kann in einem Konflikt, in einer schwierigen Situation verstehen, dass dies nicht ich bin, dies nicht mein Hass ist. Hier gibt es keinen Konflikt, man muss eine schwierige Situation überwinden und sich mit einer Person anfreunden. Aber ein Kind versteht diese Dinge nicht und die negativen Geister, die Erwachsene geschaffen haben, stürzen sich auf Kinder. Denn es ist einfacher, ein Kind zu manipulieren. Es ist einfacher, es zu essen, ihm all seine Energie zu nehmen. Und danach ist ein Kind im Stress, weint, schlägt sein Haustier, gerät in Konflikt mit seiner Mutter, schreit. Ein Kind muss geschützt werden, bevor es von allen möglichen negativen Geistern angegriffen wird. Ihr Kind sollte ein schamanisches, spirituelles Amulett haben. Vielleicht wie meins. Viele Kinder mögen Tiergeister sehr. Oder vielleicht ist es ein dünnes Armband. Oder vielleicht ist es nur ein Kieselstein, der auf einem Foto ihres Kindes liegt. Auch wenn ihr Kind nicht so ist, sondern schon so ist. Sie sind eine Mutter. Sie sind ein Elternteil. Sie haben Gott einst versprochen, dass diese Seele, die durch ihren Körper kommen wird, sie ihr alles in ihrer Macht Stehende geben werden, dass sie ihr helfen werden. Und dass wir unserem Kind helfen, sich anzuziehen, zu essen, ihm ein Fahrrad kaufen oder etwas anderes. Es ist zu wenig. Das ist nicht die Hilfe. Die Seele ihres Kindes braucht Hilfe und vor allem den Schutz vor Larven und negativen Geistern. Und so war es in der schamanischen Tradition schon immer. Als ein Kind geboren wurde, wurde für ihn sofort ein Amulett hergestellt, damit es so lange wie möglich vor allen Dämonen und negativen Geistern bewahrt blieb. Das ist unsere Verantwortung. Die Verantwortung als Eltern. Ich bin eine Schamanin. Und meine Aufgabe ist es, ihnen das beizubringen und ein solches Amulett zu erschaffen. Öffnen Sie also das Programm auf meiner Website, Schamanen Aila. Sehen Sie, wo der nächste Ort ist, an dem ich so nah wie möglich bei Ihnen sein werde. Melden Sie sich an. Kommen Sie. Bestellen Sie ein Amulett für Ihr Kind auf der Website. Schenken Sie es ihm oder legen Sie es auf sein Foto. Geben Sie Ihr Bestes, damit reine, helle Geister aus dieser Gegend, diese Geister, Ihr Kind schützen. Dafür bin ich hier. Ich bin eine Schamanin. Ich helfe. Und ich warte auf Ihre Briefe und Nachrichten. Und ich werde diese Amulette für Ihre Kinder aufladen. Mögen unsere Kinder immer beschützt sein. Ich bin ein Amulett für Ihre Kinder.